Genau, und bevor jetzt hier gleich das große Gewusel losgeht, noch zwei kleine letzte Orga-Infos von mir. Ich weiß, langsam habe ich zu viel in dieser Richtung gesagt. Ihr könnt euch unten gleich eure Urkunden abholen, die ihr euch alle wahnsinnig verdient habt. Super. Und wir würden super gerne noch mit Mentorinnen, mit Orga-Leuten und mit Teilnehmerinnen hier noch ein Gruppenfoto machen. Das heißt, kommt einfach, wir versammeln uns jetzt hier hin, lauft nicht weg, wir würden gerne noch ein Foto machen. Aber noch nicht in dieser Sekunde, wir brauchen noch einen Moment Aufmerksamkeit für einen wichtigen Fakt, der nämlich bisher ganz untergegangen ist. Caro hat euch vorhin ihre lange Liste, die sie beschrieb als so lange wie der Wahlzettel seiend, vorgelesen an Menschen, denen Dank zusteht. Aber sie hat dabei eine Person vergessen, weil sie so höflich ist, ist sie das nämlich selbst. Caro hat hier ganz viel auf die Beine gestellt und ist für die lokale Organisation hier in Köln verantwortlich. Dankeschön. Großen Applaus. Es war mir ein Vergnügen. Sehr, sehr schön. Ja, da können sich tatsächlich alle dran erfreuen, aber natürlich auch, sei es nicht ungesagt, dass all diese tausend vielen kleinen Helfer und ganz viele Leute im Hintergrund, ohne die das nicht möglich wären, großartig sind, dass sie da waren. Großartig ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da waren, die dabei sind. Und großartig, dass ihr heute hier seid, um euch das anzugucken, was das Ergebnis des Ganzen ist. Jetzt kommt gleich diese Fotogelegenheit und dann macht ihr euch noch einen schönen, naja, ist er noch sonnig, so sonnig er noch ist, Sonntag, spaziert vielleicht am Wahllokal nochmal vorbei. Falls ihr da heute noch nicht reingeschaut habt, ist auch das immer empfehlenswert. Denn, wo wir so viel über Umwelt reden, das ist natürlich ein Punkt, wo man direkt agieren kann, direkt was tun kann und einen Einfluss auf die Entwicklung in der EU hat. So, jetzt habe ich genug gelabert. Kommt vor zum Foto. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da wart. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.